Klappe! Hallo Leute! Ähm... Ja, hallo Leute! Du machst kein Video! Du machst kein Video! Hallo Leute! Mein Name ist Daniel und wir spielen heute Bro Kevin, falls ihr es wollt. Und so. Ich mach erstmal Musik an. Äh, YouTube, ja. Oh man, tausend Jahre. Äh... Gibt's viel, auch egal. Musik braucht kein... Na gut. Ich will ja auch mal ein Video machen, nicht nur immer eher. So, Bro Kevin! Ähm, ich hab ja auch meinen Account, warte. Mein Server, ich hab meinen eigenen, damit ihr es wisst. Und ich kann nicht so oft Videos machen. Hier sieht es schön aus. Ne, 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 ja. Hier hab ich das, von Camping 2, Barpo, Aboog, die Cartoon-Animation, könnt ihr euch auch holen. Ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr Barpo und Aboog abonnieren. Und hier ist auch Squid Game und Armageddon. Aber wir spielen einfach mal Bro Kevin. Ja. Ist das gerade live? Nein. Ja, das ist auch ein Chat. Und hier ist eine Stunde. Warum denn das... Ah, hallo Leute! Hallo ganz Bro Kevin! Ich mach grad ein YouTube-Video. Okay. Ähm, äh, ja. Ich mach grad ein echtes Video. Ich mach gerade ein echtes Video. Auch wenn ich das nicht richtig grad schreib, Leute, deshalb... Nur das kann ich... Äh, ja. Ich bin Premium. Das vergesse ich immer. Bro Kevin. Was ist da? Ach, die können nur nerven. Guck da! Da sind sie. Hier ist der. Ich hab doch auch Premium. Was nervst du da? Ich hab sogar das Penthouse. Bist du jetzt fertig? Ja oder nein? Bin ich fertig? Ach komm, lass mich. Nein. Aua, aua, aua. Jetzt geh und fresse! Niemals! Geh. Ah, aua, okay, okay, okay. Okay, ich geh, ich geh, ich geh. Ja, geh. Fresse! Ich geh ja schon. Tschüss! Naja, ey, Leute. Das war gerade... Mr. B nicht tun, so wie Mrs. Wicked wäre. Also Pro Gamer. Was? Was? Das hab ich hier noch nie entdeckt. Mal schauen, nicht... Oh, ich dachte mal, könnte ich schon Emot spiel. Ja, hier gibt's auch diese Räuber. Oh, das gibt's hier auch. Könnt ihr selbst nachgucken. Ich hab keinen Bock. Für Mädchen auch, falls manche Mädchen seid. Aber so will ich nicht rumlaufen, Lotte. Und, äh, ich muss euch mal was sagen. Vom letzten Video hat Mr. B, also der andere gemacht. Äh, bei der Werkstatt. Aber diese Werkstatt, denkst, gibt's hier nicht mehr. Werkstatt, gibt's nicht mehr. Hier seht ihr? Leider weg. Oder hier? Ne, das ist hier nur der Lichtschalter. Jetzt mach ich euch mal ein Premium Haus, damit ihr seht, wie das aussieht. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich zu viel rede. Kann auch ganz bisschen. Ich zeig euch hier erst mal. Ich hab auch das. Falls ihr mir nicht glaubt, mach ich hier eins. Ta-da-da, ich hab hier eins. Und, ja, und, wartet kurz. Ja, ähm, ja, ich musste kurz irgendetwas tun. Ähm, ja, jetzt, ja, ja. Also, hier gibt's so Emotes, das Lachen, das Lieblings-Taten-Stains, fünf. Und falls ihr auf den Chat schreibt, das kann ich mal euch zeigen. Danz. Ne, nicht Danz, das war wohl. Dann seht ihr. Ja, falls ihr auch in der Roblox gibt, äh, dann. Ja, und ich zeige euch, prr, Dings. Ähm, ja, das war, hier. Äh, hier gibt's das. Und so, Leute. Und, wie heißt das Dings? Ne, jetzt hab ich, falsch. So, ich geh mal hier weg. Ja. Ja, warte, kurz irgendwas. Der Lade-Stecker muss kurz geholt werden. Ähm, ja, jetzt geht's wieder, ja. Gut, und. Ja, alles hier. Warte. Ähm, ja, warte kurz. Ich muss kurz überlegen, was ich... Ach, ja, gut. Zeige ich euch das vierteste Secret in Bro Kevin. Äh, das kommt gleich. Das hat auch Abo auch gemacht. Ja, jetzt zeige ich euch erst mal. Dann geh doch. Schreibt die Suche, Boy. Nee. Das glaube ich nicht. Geh schnell weg von den Kanacken. Viel Spaß. Ich geh mal hier auf die Leiter. Ach, Mann. Hier seht ihr den Stairbox Café. Ich nenn den immer hier gerne Bäcker Weiß. Hier gibt's alles. Das Gleiche gibt's auch hier. Hier sieht alles toll aus. Njam, njam, njam. Und hier ist der Halloween. Aber ich mag kein Halloween mehr. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Ja, ist nicht so gut. Ja. Ja, und, ähm, ja, das ist alles, was du weißt. Ja, und, äh, ich zeig euch, äh, vielleicht. Wo ist das? Und so, aber das, ihr denkt jetzt, wo ist das? Hä, ich kann das doch nicht selbst rausfinden. Ihr weißt doch, da noch bei den, da waren ja für die Climinals, hier bei diesen schönen Fluchtweg. Man kann hier laufen gehen. Ja, und, ähm, vielleicht finde ich ja fertig. Hier ist das. Und jetzt zeig ich, jetzt zeig ich euch das Letzte. Ja. Jetzt zeig ich das Letzte. Das Letzte war da bei der Tankstelle. Äh, gibt's immer noch ein Problem, wenn die zu Ende ist. Hier seht ihr die Tankstelle, die ist so roten, Robby. Und dann hier, um. Oh, das hat mich echt schon ein bisschen erschrocken, Lotte. Hier, hier, Pixels, hä, früher stand da irgendeine Plusaufgabe. Und ich glaube, die war ganz einfach, vier. So, und da bin ich auch zum Ende. Ich wollte euch nur noch was Wichtiges sagen. Ach, dann mache ich es hier. Ach, nein, ja, ich, kam raus. Da habe ich jetzt keine Lust. Hier kann es auch regnen und so. Und so bin ich auch fertig. Lasst ein Like oder Abo da. Bis zum nächsten Video von Bro Kevin. Wir sind jetzt schon fertig. Ciao.